Christian Ulmen, deutscher Schauspieler, fließend Deutsch, Englisch und Spanisch. In der Welt der Schauspielerei ist Mehrsprachigkeit ein wertvolles Gut. Christian Ulmens Sprachkenntnisse haben es ihm ermöglicht, verschiedene Charaktere zu porträtieren und mit internationalen Filmemachern zusammenzuarbeiten. Investieren sie in ihre Sprachkenntnisse für eine außergewöhnliche Karriere. Das Erlernen neuer Sprachen erweitert ihre künstlerische Bandbreite und öffnet Türen zu globalen Möglichkeiten, genau wie Christian Ulmen.